Ja, willkommen zurück, Leute, zu einem Leben und natürlich wollte ich gerade sagen, nein, natürlich zu Onkel-Argeils-Besuch oder bei Onkel-Argeils-Besuch. Wir haben hier eine Zombie-Hurde, die uns ein bisschen angreifen möchte. Ich würde ja gerne mal hier hochgehen und das Ganze von oben begutachten. Aber Moment. Und natürlich von mir auch ein herzliches Hallo an meine Abonnenten, an die Abonnenten vom Last in Let's Survival. Ja, habe ich natürlich ganz vergessen wegen den Horden. Ähm, ja, ich stelle mich mal hier auf den Ausvorleger hier vorne, da könnt ihr ja gerne mal hier hochgucken. Wir können ja nichts kaputt machen von hier. Ja, super, ich treffe wieder gar nichts. Guck mal her. Ja, bin schon da. Einfach draufstellen. Dann könnt ihr hier unten einen schönen Schaden bekommen und eigentlich interessiert es uns nicht. Wenn ich halt irgendwas treffen würde. Ah, ich habe einen getroffen. Juhu. Ich lass mal die Pfeile. Lass durch. Eigentlich brauchen wir gar nicht schießen. Die sterben von hier unten von allein, weil die unten eigentlich schon den Stacheln. Deswegen will ich die dann weiter hier weitermachen. Die Säule hier. Oho. Okay. Damit wir dann uns hier draufstellen können. Und da können die Zombies eigentlich gar nichts machen. Ja, stimmt. Ups, Entschuldigung. Ähm, ja. Ich habe denen ins Bein geschossen. Hm, ich habe nichts gemerkt, außer... Na, Zombies können auch nicht hoch, weil hier nämlich, äh... Schön, was es im Weg ist. Ja, ist doch cool, oder? Ja, genau. Und ein paar Woodspikes hier dann hin. Du hast ja noch welche einstecken. Dann kannst du die gleich da unten hinpflanzen. Ich habe noch 24 Stück, ja. Ja, dann kannst du die gleich unten quasi hinpflanzen und dann... In zweiter Reihe quasi. Ja, beziehungsweise eins dazwischen freilassen. Okay, alles klar. Weil, dann kriegen die mehr Schaden. Mhm. Gut. Das war jetzt, äh... Ich bin runtergefallen. Nicht so schlimm. Alles okay. Ich lebe nur. Juhu. Ich wollte eh Lootung gehen. Na dann. Na dann. So. Na seht ihr, jetzt habt ihr auch mal eine Horde gesehen. Wenn man es sonst schon nicht sieht bei uns, aber da sieht man... Ja, genau. So, dann würde ich sagen, ich baue mal ein bisschen weiter. Hast du noch ein paar Frames oder so? Äh, Frames nicht. Ich habe nur Holz im Moment. Eins. Machst du gerade irgendwas anderes in deinem Inventar? Nein. Soll ich Frames machen? Soll ich Frames machen? Ja. Mach mal Frames. Genau. 140 Frames. Das klingt gut. Und in der Zwischenzeit setze ich unten. All die Spitzen. Fangen wir am besten in der Mitte an. Gehen nach außen. So. Ich habe hier noch zwei Rampen. Guck mal. Ah, okay. Geht nahtlos über. Sehr schön. So. So. Ja, ja. Stimmt. Habe ich nicht vor. So. Gut, die zweite Reihe. Spikes. Ich glaube, das sieht gut aus. Hm, okay. Das war's dann. Wir könnten uns ja eigentlich oben auf unserem Bauwerk eine Kiste hinsetzen. Ähm, jein, ich würde dann gleich oben die richtigen Kisten hinsetzen. Achso, okay. Wenn wir sowieso da oben unser Haus bauen, das erste wird nicht, also wenn du mal hochkommst, dann zeige ich dir das mal. Oh. Weil das hier, was jetzt hier quasi ist, das wird das Lagerraum. Mhm, okay. Da kommen dann die ganzen Lagerkisten hin und eins drüber, ein bisschen breiter quasi als das, wird dann so ein Das weiß ich ja. zwei auf der rechten und linken Seite überstehen und mit Schrägen quasi hochgemacht und dann hast du da oben drüber halt nochmal so ein so ein Haus, sag ich mal, so ein Wohnhaus mit Lagerfeuer, mit Küche und so weiter. Vielleicht auch noch die, ähm, sag schon. Äh, Gummiboot. Mhm. Ähm, die Campfire und halt die Schmiede, weißt du? Mhm. Weil da hast du ein bisschen getrennt und da kann man auch mal eine Couch hinstellen da oben oder so. Ja, ja. Mal gucken, wie es passt. Ich werfe dir hier mal bei 45 Frames her. Dankeschön. Die anderen sind in der Mache. So, ich bin auch der Meinung, dass das hier mit dem, mit den Ausgängen ganz gut passt, wenn wir hier auch dann Türen hinmachen. Weil dann kannst du, hier haben wir natürlich eine vergessen, das heißt, die haben wir außerdem gemacht, dann muss ich kurz wieder kaputt machen. Ach, naja. Hier muss ja auch noch eine hin, das heißt, hier muss ja auch noch eine Türen hin. Also, ich bleibe wieder weg. Haben wir denn noch Eisenbahnen? Ja, dann nehme ich mir mal einen. Und, ah, okay, kann ich ja jetzt wie nicht. Aber da werde ich dann mal meine, ja, sag's mir. Deine, was? Ich habe hier noch Stripes da, wenn du möchtest. Also, meine, meine Axt, nee, ich kann jetzt sowieso nicht, weil ich bin ja noch am Frames craften. Ach ja. so, wir wollten hier eigentlich noch so einen Aufleger bauen, der hier nach oben geht. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Ähm, der war eins, zwei, vier, okay. Und der müsste ja rein theoretisch eins, zwei, drei, hier hoch gehen, ne? Hm. Hier hoch. Müsste da gehen. Moment, Moment, Moment. Jo. Oh, drei, vier, ja, genau. Genau. So. Jo. Ich mache das jetzt mal so und fange jetzt mal an, von hier aus zu arbeiten. So. Und was wir uns, wo wir uns drum kümmern müssen, äh, Metall. Wir müssen uns wahrscheinlich hier irgendwo mal in den Berg reinkloppen. Äh, ja. Damit wir Metall bekommen, um auch die Spikes mal aufzuwerten. Und für die ganzen anderen schönen Sachen halt. Auf jeden Fall ist das notwendig. Ja, ja. Wir sollten aber erst mal den Tag, äh, überleben. Nur klar. So. Da hätten wir die Säule auf jeden Fall schon mal fertig. Halt da oben, das stimmt so nicht. Da passt nicht. Das da. Kannst du schon mal, wenn du möchtest. Ich kann dir noch mal, Moment. Das hier weg. Werf dir noch mal schnell. Na komm, 50 Frames hin. Supi. Ach, das ist so eine schöne Sache mit 50 Prozent. Ja. Oh, ups. So. So. Da hätten wir die Säule auch fertig. Und dann müssen wir jetzt mal hier, äh, so, so, so ein bisschen verkleiden. Ja, ich bin immer noch am Frames craften. Genau. Und dann würde ich das hier, mich jetzt hier, so. Ja, aber hier jetzt, wenn die Bäume weg sind, dann hat man einen schönen Rundumblick. Also sieht man dann gleich, wenn was ankommt. Ja. Okay. So, ich jetzt mal das Holz raus. kann ich nämlich jetzt auch etwas vergleichen. Okay. War einer zu viel, oder? Ja, es war einer zu viel. Oh. Oh Gott. Im Prinzip nicht schlimm. Da kann man die auch machen. Wenn, dann schon gleich machen. Ja. Ich wollte ja hier mal runter und wollte die Spikes draußen aufwerten. dann kann ich das so machen. Äh, ja, Holz. Ich muss Holz holen. Ja. Ja. Ja, und, äh, wir hatten uns ja letzte Sendung mit meinen Spitzen, mit der Arbeit. Ähm, ich hab die dann alle mit dem Repair-Tool aufgewertet. Hm, ich hab hier die Säulen vergessen gehabt. Das ist mir natürlich was runtergefallen. Das ist doof. Ja, wie du siehst, wir haben hier die Säulen nämlich vergessen gehabt. Ähm, die hab ich jetzt gerade... Von der anderen Seite, ja. Ja, das heißt, hier muss eine Säule hin. Äh, wie viel Abstand hat die? Eins, ne? Zwei, okay. Eins, zwei, zwei. Sehr doof. Ich dachte, du bist dran. Ach so. Ähm, ja, Entschuldigung. Soll ich irgendwas abreißen? Ne, passt schon. Ach ja, und dann auf dem Haus, da würde ich einen Dachgarten setzen, oder? Ja, ist eine gute Idee. So muss das. Natürlich direkt im Beet, aber egal. Egal, ja. wir haben robuste Pflanzen, die können das ab. So, dann mach ich gleich mal wieder Holz, Holz. Ich kann ja dann die Stützen eigentlich gleich wieder aufwerten, oder? Ich überlege nur, wie wir sie machen. Muss ja nicht symmetrisch sein, hab's was hält. Ja, das ist das Wichtigste. ooooh. Ähm... Achso, das hier vorne ist auch gewollt, oder? Ja. Moment. Ja, das ist gewollt. Das ist auch gewollt. Keine Gitterhilfe. So, damit die Zombies da nicht hochklettern können, kommt da noch so ein Holz ran. Bitte nicht nur einmal verkleiden da oben. Was ist das hier? Ja, ja, genau. Ich mach mal so. Und ich mach mal den Rest hier oben. Ähm. So. Gut. Bisschen gehe ich davon aus. Auch. Einmal. Moment. Ich, äh. Was, einmal? Äh, auch nur einmal aufwerten, oder? Ich, äh. Hier dient ja zweimal. Wenn die Zombie-Horde kommt. Am besten wir setzen uns auf den Ausleger wieder drauf. Ich mach den gerade mal weiter. Kannst du ihn mal verkleiden? Ja. Ich geh nochmal hoch, weil wir wollen ja hier doppelt haben. Usa. Moment, ich muss da unten noch. Ja. So, jetzt. Hier auch verkleiden? Ja. Ja. Passt. Oh, da lebt. Passt. Oh, da lebt. Ah! Irgendwo ist hier ein Pfeiler! Ah! Da drüben! Das war's mit dem Spider! Ah! Dann kommt wieder der Mitverleger! Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall sicher! Ja! Ja! Doch! Auf jeden Fall, ja! So, ich würde jetzt das Haus schnell hier oben... Äh, nicht das Haus, sondern die Säule noch schnell weiter bauen, weil ich... ...fehlt ja jetzt die Säule, sonst... ...könnte es sein, dass da was, äh, nicht hält, ne? Hm, 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 ja, so ist das... ...ja, schlagt ruhig durch, das ist kein Problem! Wir haben hier Säulen, die halten! Genau! Ja, tschüss! So, jetzt müssen wir nur mal den Stroh, äh, den Stroh hier unten mal auswechseln... ...dass wir hier den... ...das Stroh nicht, äh, problematisch hier ist... ...das Stroh hier weg und... ...dafür Wut vor ihm sind, weil... ...unds hält das ja nicht wirklich... ...so, hier muss man auch nicht raus und raus... ...äh, reinlaufen, das heißt, das können wir auch jetzt... ...komm ja... ...komm ja... ...wird ich aber auch zweimal aufwerten... ...ja, warte mal... ...früher oder später ist eh die ganze unterste Schicht, wenn sie dann die wegkloppen sollten... ...ähm... ...dementsprechend... ...ausgetauscht! Ja! So... ...nein, das war falsch rum... ...21 Uhr! Ja! Mal gucken! ... ... ... ...wenn mal gucken, wie ich das hier drüben gemacht habe... ...okay... ...ja, jetzt hat jemand das Licht ausgeschaltet... ...ähm... ...ich hab hier noch 20 Frames... ...die werfe ich dir noch... ...hier... ...joh... ...moment... ...dankke... ...dann du möchtest, kannst du hier oben schon upgraden... ...ähm... ...joh... ...wird jetzt hier die... ...die auch schon gleich upgraden... ...kradle... ... ... So. 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 Kannst du eine Facke rundholen, ich sehe nichts. Bambi, irgendwo welche? Ich glaube ja, oben liegt eine an der Wand. Okay, guck ich mal. Ah ja, stimmt. Wo möchtest du sie denn haben? Hier drüben lieber? Nö, nö, halt es einfach in der Hand, dann sehe ich was. Achso, gut. Das ist jetzt quasi der Fackelhalter. Vielleicht kann ich ja bei den Olympischen Spielen mitmachen. Du musst aber rennen. Achso, gut. Dann renne ich. Kann ich nicht. Hier ist der Holzblock. Ähm, ja. Nein. Wir sind schon wieder bei 24 Minuten. Ja, das Visor hat mir Wecker schon wieder nicht geklingelt. Meine Fresse. Der ist ja heute unzuverlässig. Wir müssen halt müde sein. Ja, da kommt grad was. Ja. Ja. Kurz, aber beenden und dann gleich weitermachen? Komm ich noch hoch, komm ich noch hoch, komm ich noch hoch. Ja. Das ist eine hohere, eine färre wahrscheinlich. Ja. Ja. Okay, beenden und gleich weiter. Äh, ist ein Cliffhanger, ich weiß aber es muss sein. Jo, bis gleich. Tschüssi. Tschüssi.